Nämlich, was wäre ein bunter Abend ohne den standisch Hintertricker? Und die Hintertricker haben heuer eine Vision vom Jahre 2049. So genau, was ihr nicht wisst sehen. Aber stütz euch einmal vor, wir sitzen schon bei Frauenschuhen im Scheinegarten. Da hast du keinen Klick gekostet. Rostet der Hund auf Banki. Es stößt euch an so einem braunen vielleicht 145 Euro, so um die Zeit. Jahre 2049, so. Nein, sind wir heute noch nicht weg oder noch gar nicht so weit weg? Ja, dann schaust du so am Marktplatz hin, Fremdenverkehr, nicht gar so viel. Auf einmal kommt der Traktor der Heerfahrt durch den Markt, weil der kommt dazwischen. Spuriert wird. Und auf einmal zieht das. Beim Krone Inc. durch Steckens, der Manoffer von der Seeree. Fünf und vier Futterbraten. 30 Germaner. 20 Amerikaner. Eine Reisereiterin im Kaugum im All. Und erklärt das so. Für Schenk ist ganze Ruiz. Die Sehensmöglichkeiten. Alles Zollperner. Und weiß von ihm, dass eine Sonderausstellung im Kreuzgang ist. Eine Sonderausstellung mit ganz besonderen Bildern. Und das schaut euch jetzt an die Interbrinker. Das heißt, wir sehen uns noch, dass wir das so gut anbauen. Okay. Dann schaust mich mal. Jetzt zur Mar economics decía. Komm in. Komm in. Komm in. Komm in. Komm in. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Hier in Monte, in this wonderful town, yes, you can take a photo, Monte is a wonderful town, you know, no, 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 it's not a village, it's not a village, it's Wormway, not a Wormway village, now it's a town, früher, earlier, there were three country commandants, and Worm market-minded, and now it's a town, a big, big town, with Worm Burger Monster, you don't know his name, his name is Fai Gana Rai, yes, Fai Gana Rai, Fai Gana Rai, Fai Gana Rai, that's a lot of big names, Be careful, when you go in the town, it's a little bit dangerous, when you go in the town, there comes a stamp on the boom, and the sun is ready to go out of your car, with your home, you understand that, you have a nice name, because there comes a lot of rice cakes, now, follow me, let's come, on the right side you see the Caffe Frauen Schuh, the Caffe Frauen Schuh, it's very nice, we're in the loft, it's a Caffe Frauen Schuh, there's a common name, and on the left side, there's also a cafe, it's a Caffe Frauen Schuh, just a common name, Hier ist der Wirt, der Freilich und der Wirt ist regruntet. Und was wir hier sehen, ist alles Schanigab. Ihr kennt das Schanigab, die japanische Netze aus? Schanigab. Hier sind die richest Menschen von Mosel. All Menschen von Mosel wären rich, sonst kommen sie bis vorne. Hier, bei der Café Braunschuh, hat der Weltmeister im Skispringen, der Gregor Schleibertsamer, seinen ersten Kaffee gefunden. Und hier, bei der Café Braunschuh, hat der polnische Skispringer Adermalsch seinen ersten Kaffee geflaggt. Und jetzt hier ist der Kaffee Braunschuh. Und jetzt hier ist der Kaffee Braunschuh. Hier, hier haben wir, hey, look, have to look, let's have to look. Yes. Yes, the most richest man of Mosel. Hier ist der Orchinger Pfarrer. Der Orchinger Pfarrer, hier ist der Pfarrer. Ja, jetzt wird er ein bisschen kleiner im Sessel. Ja, hier ist der Orchinger Pfarrer. Mit his nice wife Maridi. Mit his son Norbert. Und jetzt hier noch so… .. so bin ich. Oh, wie du er. Hier ist aber nicht der Hammerstanz im Rotter. Yes. Ich höre laut dass ich singe, look, look, look. Ich sag' ich nicht, aber ich hab' das schon mal gesehen. Aber ich sag' ich nicht. Der E-Ber Schurl ist von der Libyen. Ich weiß, ich hab' das lange in Libyen. Wo ist der Schwänner, aber schon in der Pension. In der Pension. Sagen wir's Schwänner, aber ich bin in der Pension. So kann man das im Sausgurl nicht mehr funktionieren. Und dann, hey, der sagt sich, oh, 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 oh. Und dann, hey, der sagt sich, oh, 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 oh. In der Front of me, in der Front of me, what you are seeing here, is the new wordseichen from Monze. Do you see? It's a Brunnen. A Brunnen, yes. A Fountain, yes, a Fountain. The Lafountain, oder Lafountain? What is this? The Spanish language. A Brunnen. There's the Tifo standing out of the Boden. It's called from the multi-origines, from the rich people. The Tif to Brunnen. And on the right side, here, you see the church. But it is not a church. It is not a basilica. It's a Dome. How did they come home? It's a Dome. And here, the Erbilva of this Dome is a thorough breacher, Erf Karneder. Blageder. Yes. And he, I don't know where he is now. I think he is a, he is your breacher, or he is a bishop, or he is a survivor. I don't know where he is now. And here, and here, what you see here, this blonde man. This is and here is the Herrscher of Vulture. You don't believe it's not his. And on the left, from him, him, he is strolling. The Herrscher ring, from Frank Ireland. And when you, when, when you go wider, and you can call you for standing. Yes sir, I don't think so about it. And here, and here what you see here, this young fresh woman. This is a country up court today. Mrs. Kürzer Weniger. And now, we came to the High Point. Has anyone to drink from me? I have a very dry dog. I have a very dry dog. Thank you very much. I want to buy it for you. And now, we come to the High Point. Here, it's the oldest gallery from Monty. The Anna library. I have just learned. Oh cool, you are very typical. Now, let's have a look. humour, hallelujah, 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 hallelujah. Amen. 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 But dogs, what? These, what you're here seeing, are the most famous verses of Motte, which have Motte so made what Motte now is a dog. Here on the left, come on, help them. This is not Lolo Ferrari. This is Irish Washer Dessert. Irish is looking high like a lion. I don't think. This was a pretty good hashtag quote. She has made Motte, she has made Motte with her own eyes. She worked hard and hard and hard until she made all the buildings of the left side, the most famous Kaufmann of the world. The most famous Kaufmann. His name is Kali, the first Kali Krapner. And here, this is the preacher, which I called for many of you. He, the richest, the richest preacher of the world. He is always a little nervous. He is always a little nervous. These are the little bricks. And now, what you here see, this is Otto the First. Otto the First, the most important Bürgermeister, that's him he did not. Tonight, he is looking like the one and only Topsticker and Speckler Meister in Monsee, Essel. And now, let the pictures live of you. 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 Such wonderful pictures. Such wonderful pictures. Hochwürden, sammeln wir nur in Monsee. Und nein, das ist eine neue Fotografie von mir. Die ist aber nicht besonders gelungen. Es gibt ja leider keine gute Fotografen im Monsee. Der Oskar Bissenfunk. Es ist der einzige Migrationshintergrund. Das war ein Fehler. Der Oskar Bissenfunk. Der Oskar Bissenfunk. миллиải Der Oskar Bissenfunk. Der Oskar Bissenfunk. Doch, der Hollanderen, der Schweizer die er doch! In Rom? Ich würde es noch doch kennenlosen. Und wer ist jetzt da? Ich habe keine Besser gefunden, als meine Besser. Hoa? Hoa? Jo, wo ist es denn? Es ist ein großer Blaustau. Es ist schon meine Frau. Meine Frau? Ja, nur weil ich, ja du, gesagt habe. Und ich habe gesagt, ja du? Ja, genau das. Ich habe gesagt, Karli sei als Bürgermeister, ich habe gesagt, ja du. Warum war ich noch ziemlich extra? Entschuldigung. Oh, Herr Mirl, habe ich sicher eine wunderschöne Uhr. Das ist eine ganz besondere Uhr, Frau Brasche. Ja, und ist das eine besondere Uhr? Na, getan. Hells Uhr. Ja, was ist denn diese Uhr? Hell. Ich kann sie nackt verwenden, Frau Brasche. Das kann doch nicht sein, ich bin in der Begleitung. Ich bin in der Begleitung, ich bin in der Begleitung. Ich bin in der Begleitung, ich bin in der Begleitung, ich bin in der Begleitung. Übrigens, Frau Brasche, Sie haben eine bezahlende Stelle. Danke, das ist ein kleines Punkt gegeben. Frau Brasche, es hat mir nicht gut gemacht, ich bin in der Begleitung. Sehr geehrter Herr Professor, das ist der kleine Unterschied. Ich bin in der Begleitung, Sie können es aussprechen, und ich kann es mir leisten. Ich bin in der Begleitung, Sie können es aussprechen, und ich kann es nicht unterhalten. Doch, doch. Die Liebe zu Geld war bei mir immer schon da. Von wegen, Gelcher, Frau. Waren Sie die Entwicklungshilfe strafversetzt? Ja, das ist richtig. Wurden Sie da gehen zur Entwicklungshilfe strafversetzt? Nein, zur Entwicklungshilfe strafversetzt wurde ich bereits vor vielen Jahren. So war ich. Na, kommen Sie da. Du, Otto. Otto. Ich habe auf der Facebookseite von der Regen und Maria gelesen, dass sie mit ihrem Mann so geschrieben hat. Wieso hat der nicht so geschrieben? Ich habe anscheinend, wenn sie mir wieder gefragt haben, ob er seine alte Hochzeitschule hat. Na gut. Ja, weil er sogar gesagt hat, die Schule habe ich immer, aber der Alterschaft ist auch immer dabei. Der Pfarrer. So, haben Sie eigentlich erlebt, dass die Kirche ihren Meinungen über den Zügel, Ich bin im Tribunal-Komolett. Hallo. Ich werde es nicht mehr leben. Haben wir vielleicht meine Kinder? Ja. Also, ich habe gelesen auf Wikileaks, dass der Gadara Anders mit seiner Frau gestritten hat. Ja, wieso denn das? Ja, er hat sozusagen Geburtstag, was hat das gewünscht, das war von 0 auf 150 in 30 Stunden beteiligt. Was? Ich verrate mich nicht. Nein, sie hat ihm eine Palette nachgeschritten. Und ich glaube, ich bin erst dann so weltweit. Ja, Frau Vorsche, warum haben Sie Sie nicht so geehrt? Ja, ich war gestern mit meinem Mann beim Ausdruck auf. Seien Sie wieder nicht los, Mann. Otto? Ja? Weißt du, Gärgermeister? Eigentlich. Warum weißt du, ob ich so kraftig bin? Ah, ah, ah. Der kommt kein Lieblingsbüro mit. Verstehen wir es, dass der Bürgermeister Taksinger seit kurzem Jäger ist? Ja, wie proben Sie denn auf Wasserfahrern? Weil er seinem Bürgermeister verlegt auf dem Elektromopet abgeschlossen hätte. Herr Bürgermeister, was steht denn da vor dem Lokal drüben? Zieh kurz aus dem Boden. Verpreche, das ist ein Poller. Was? Ein Poller? Nein, ein Poller. Was? Ein Poller? Verpreche, ein Poller. Was? Ein Poller? Ich sehe, was ich verpreche. Aufpassen, wenn Sie ab und runter in die Zeit gekommen sind. Geht? Apropos gestern, habe ich auch geschehen. Wieso rot? Sie sehen doch so aus irgendeinem Schwarz. Herr Bürgermeister. Gestern habe ich gehört, dass Sie die drei Landburgermeister gegen die Zusammenlegung wären. Als würde ich wirklich mit denen ab und die Zusammenlegung wären. Als würde ich wirklich mit denen ab und die Zusammenlegung wären. Ich habe in die nächsten Rüfte gemacht, gar so gering. Herr Bürgermeister, ich war gestern mit zwei Stammtisch- bzw. Bürgermeister-Kollegen in die Zeit. Ich habe gesagt, es ist ja nicht schlimm, wenn das läuft. Ja, das habe ich ein bisschen länger dauert. Und dann sind die zwei mit mir heim und haben sie zu mir ins Bett gelegt. Na und? Das ist doch nicht so schlimm. Ja, ich sage sie. Und ich habe dann auch eine Handkriegel ins. Und sie sehen, ob das mit rein im Bett gelegt hat und sagt, hallo, hallo. Ja und warum haben Sie sich da her, gell? Dann habe ich zu mir nichts gehalten. Trotz des ens und Aufruf Parlament. Ja und. Ja und. Das ist eigentlich, wenn ich jetzt mit deiner Tauheit ein Verhältnis hätte. Wollen wir zwei angemören? Ja und warum? Haben Sie so aufruf gekriegt. Applaus Applaus